Wir haben im Moment ein sehr grosses Projekt am Laufen mit Camunda, also eigentlich unser wichtigstes Projekt. Wir setzen damit unsere Kernprozesse, die Schutzrechtsverwaltung um. Wir benutzen dafür Camunda BPM, die Open-Source-Variante. Und wir sind sehr glücklich damit, weil uns die Engine eigentlich erlaubt, mit sehr einfachen Mitteln, also wir haben ein grosses Java-Know-how, aber kein allzu grosses Budget, sag ich mal, mit sehr einfachen Mitteln eine Geschäftsverwaltung aufzubauen, die perfekt für unser Institut passt.